Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll und dessen Bau könnte sich um Jahrzehnte verzögern und deshalb deutlich teurer werden als bislang angenommen. Eine Arbeitsgruppe der Endlager-Suchkommission des Bundestages kommt zu dem Schluss, dass das Projekt möglicherweise erst in etwa 150 Jahren vollständig abgeschlossen sein könnte. Die Kommission hatte vor knapp einem Jahr ihre Arbeit aufgenommen und soll bis Mitte 2016 die Kriterien für die Suche erarbeiten. Am großen runden Tisch sollen sie alle Platz finden, Politiker und Wissenschaftler, Wirtschaft und Umweltschutz. Die Endlager-Kommission muss Altlasten aufarbeiten, immer wieder tun sich Gräben auf. Die Vertreter der Energiewirtschaft etwa hören es nicht gerne, wenn der Vorsitzende warnt. Die Rücklagen der Betreiberfirmen könnten nicht ausreichen, um Kraftwerksrückbau und Endlagerung zu finanzieren. Offene Fragen. Erstens stehen die 37 Milliarden Euro zur Verfügung. Am besten wäre eine schnelle Überführung in einen öffentlichen Fonds. Und zweitens reicht das nach den bisher vorliegenden Erfahrungen überhaupt aus. Auf bis zu 70 Milliarden Euro könnten die Kosten steigen, schätzen Experten fast doppelt so viel wie bisher veranschlagt. Ein Risiko auch für den Steuerzahler, wenn die Standortsuche sich hinzieht. Für den Atommüll, der sich etwa in Hallen neben den Mailern sammelt, müssten dann Übergangslösungen gefunden werden. Bis klare Kriterien feststehen, soll die Endlagersuche offen bleiben. Darauf drängen vor allem Vertreter der Länder, in denen bereits Atommüll lagert. Ich erwarte und erhoffe auch, dass am Ende auch alle Verantwortung übernehmen, weil ergebnisoffen und weiße Landkarte heißt auch, dass man in jedem Bundesland einen Standort finden könnte. Und dann wird das auch, dass man in jedem Bundesland einen Standort finden könnte.